Ja, wir haben heute Fotowog in Linz mit 20 top motivierten Teilnehmern. Wir werden dann quer durch Linz gehen, uns am Abend noch zusammensitzen, auf einem Glasaal Gespräche führen über Fotografie und wir sind heute unterwegs mit Leica und Leica. Mal schauen, was wir daraus rausholen können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist nicht eine coole Truppe, Fotowog bei Sonnenschein in Linz. Ja, Fotowog ist zu Ende, wir fahren zu Ende, jetzt geht es dann zum gemütlichen Teil. Billatech- Talk. Bis zum nächsten Mal.